In dem heutigen Video möchte ich mit euch einen kleinen Rückblick wagen und zwar auf das Jahr 2022 und zwar in allen Bereichen, in denen ich investiert habe, sei es Aktien, P2P, Kryptowährung, aber auch andere alternative Anlagemöglichkeiten, wie die performt haben, wie ich auf das Jahr zurückblicke. Ich habe mir gedacht, das kann man jetzt noch machen, der Januar ist noch nicht vorbei und ich brauche dann immer noch ein bisschen, bis die ganzen Ergebnisse reinkommen. Von daher habe ich mir gedacht, das können wir jetzt vielleicht noch mal machen. Wenn euch das interessiert, bleibt auf jeden Fall dran und damit ein recht herzliches Willkommen auf meinem Kanal MoneyMafia. Als erstes möchte ich mit euch auf das Thema der Aktien eingehen. Das ist einfach so der Großteil von meinem Gesamtportfolio, von daher möchte ich da zuerst darauf eingehen. Da möchte ich natürlich auch vorab sagen, jetzt alles weitere, was ihr seht, natürlich keine Anlageberatung, keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von bestimmten Aktien, die ich euch jetzt hier zeigen werde oder irgendwelche Instrumente, die ihr jetzt hier ansetzen sollt, auch die nächsten Sachen wie P2P-Kredite, die ich vorstellen werde und so weiter. Also wie gesagt, macht da auf jeden Fall euren eigenen Research. Dieses Video gilt lediglich zum Zwecke der Unterhaltung und bei den Aktien möchte ich erstmal starten mit Top 3 Gewinnern und Verlierern, weil aus meiner Sicht wir sind in einer ziemlich schwierigen Marktphase aktuell und das wird aus meiner Sicht auch noch weiter anhalten. Und da ist eigentlich häufig so, was ich auch hier in der Community so ein bisschen mitbekommen habe, wenn man das so nennen darf, Community schon, dann sind auch natürlich einige dabei gewesen schon, die so ein bisschen demotiviert, wäre vielleicht zu hartes Wort, aber die natürlich ein bisschen das mitnimmt. Und es ist natürlich immer so das Thema, dass wenn alles nach oben geht, das ist natürlich immer leicht und da kann man, sag ich mal, gefühlt jede Aktie nehmen und picken und dann läuft es einfach rund. Aber dass wir eben Downphasen haben, das hatten wir an der Börse schon immer. Und nichtsdestotrotz, wenn man dann mit einem langfristigen Horizon rangeht, gute Aktien sich rausholt und rauspickt, dann ist man glaube ich am Ende des Tages auf einer wirklich guten Seite und hat eine gute Position, hier mit Aktien auch wirklich einen Vermögensaufbau auch tatsächlich zu machen. Und ich möchte euch auch vor allem trotzdem in Zeiten wie diesen zeigen, wo viele gedacht haben, es geht alles nur nach unten, es ist alles schlecht. Es gibt auch in solchen Zeiten Aktien, die positive Renditen schreiben und die möchten wir uns auf jeden Fall gleich anschauen, aber natürlich auch welche, die extrem schlecht gelaufen sind, da möchte ich natürlich auch ganz transparent drauf eingehen. Und da könnt ihr auch unten einfach mich für auslachen oder ich weiß nicht, aber ich glaube, es ist ganz wichtig zu sehen, dass in jeder Marktphase es Gewinner und Verlierer gibt. Und ja, das einfach zu zeigen, ist glaube ich nochmal für jeden gut und auch zu wissen, dass so ein YouTuber, wie ich jetzt hier bin, auch wenn ich mich nicht so beschreiben würde, der hier einfach in so ein Mikrofon rein spricht, wir haben auch keine Glaskugeln. Und das ist das ganz Wichtige auch im Disclaimer, wie gesagt, macht auf jeden Fall eure eigenen Research. Und ich probiere mit bestem Wissen und Gewissen hier Aktien vorzustellen und Einkommensmöglichkeiten aufzubereiten. Aber ob das am Ende des Tages wirklich funktioniert und gut läuft, das kann keiner genau sagen, weil ganz so tief in den Unternehmen oder in diesen Möglichkeiten steckt man ja dann doch nicht drin. Und vor allem können unvorhergesehene Sachen passieren, die dann so den ganzen Markt eben umschmeißen. Also von daher genug der Vorrede, schauen wir uns die Top 3 Gewinner und Verlierer an. Ja, mein Top-Gewinner-Unternehmen, ich möchte mit den Positiven auf jeden Fall anfangen, weil ich mich per se eigentlich als positiven Mensch bezeichnen würde, ja, es ist die Geo Group, das ist ein Reed aus den USA, der sich darauf beschäftigt, Gefängnisse zu betreiben. Ist jetzt nicht so das 1A-Geschäftsmodell, was man ja vielleicht hier häufig hört und was häufig vorgestellt wird. Aber aus meiner Sicht wirklich ein relativ interessantes Geschäftsmodell. Wie wir hier sehen können, hat die Geo Group innerhalb von einem Jahr, also wir sind jetzt schon ein bisschen im Januar reingegangen, okay, nehmt mir das bitte nicht ganz so übel. Da sehen wir aber auf jeden Fall, dass wir hier 80% plus gemacht haben und das ist, glaube ich, echt nicht von schlechten Eltern in so einer Marktphase, wie wir uns dort befunden haben. Und dann gehen wir auch direkt auf das nächste Unternehmen ein und zwar ist das MBTEC Biogas. Und ja, wie der Name schon sagt, die befasst sich mit dem Thema des Biogases. Das Unternehmen habe ich mal auch in einer Aktienanalyse bzw. Vorstellung euch näher gebracht. Das Video möchte ich euch hier oben gerne mal verlinken. Guckt euch das gerne im Anschluss an dieses Video an, also nicht gleich direkt draufklicken, sondern es wird euch am Ende auch nochmal unten unterhalb dieses Videos immer angezeigt, welche Videos ich hier verlinkt habe, also von daher guckt da gerne rein. Und da haben wir auch, ja, quasi 50% plus gemacht im Zeitraum von einem Jahr. Und das, glaube ich, echt auch, ja, nicht von schlechten Eltern. Ich bin da, seitdem ich angefangen habe zu investieren, schon ziemlich, ziemlich lange drin. War eines meiner ersten Unternehmen, in die ich reingegangen bin. Und das ist jetzt so ein bisschen das Problem, weil das Unternehmen läuft richtig gut, auch in so einer Marktphase, wie wir uns aktuell befinden. Aber das ist auch so ein bisschen das Problem, weil ich sehr günstig schon eingekauft habe. Leider mit viel zu wenig Budget damals, weil ich auch, wie gesagt, in der Anfangsphase erstmal so ausprobieren war. Hätte Fahrradkette, aber am Ende des Tages hindert das mich jetzt so ein bisschen so nachzukaufen. Aber aus meiner Sicht wirklich ein Unternehmen, was echt gut aufgestellt ist mit einem schönen Geschäftsmodell. Und zwar noch aus diesem schönen Niedersachsen, wo ich auch herkomme. Und das Unternehmen sitzt in Lohne. Ja, als nächstes, wir haben hier jetzt schon Gefängnisse gehabt. Und als nächstes Geschäftsmodell, was vielleicht auch nicht für eine Tea Party geeignet ist, ist das Unternehmen Service Corporation. Und das ist ein Bestattungsunternehmen. Auch dieses Unternehmen hat 26 Prozent im Zeitraum von einem Jahr zugelegt. Das ist echt, ja, auch richtig, richtig gut. Und ja, so blöd, wie sich das anhört, ist es, glaube ich, konjunkturirrelevant, was da passiert. Und das Geschäftsmodell läuft weiter. Für mich eigentlich war wirklich ein Rundungsunternehmen wirklich über Jahre lang wirklich steigende Preise, wie wir es hier sehen. Gibt eigentlich nur eine Richtung nach oben. Und das ist auch ein Unternehmen, wo ich eigentlich immer probiere, wenn ich ja günstige Preise so erachte, dass ich da auch mal probiere nachzukaufen. Und das war jetzt zum Beispiel auch hier. Ja, irgendwann im Oktober habe ich hier nachgekauft gehabt. Ich kann es jetzt nicht mehr genau sagen, wo es war. Aber das, wie wir hier sehen können, war das eben gerade so ein Dip. Und das habe ich einfach genutzt, um da auch entsprechend einfach mal nachzukaufen. Ja, jetzt kommen wir zu entsprechenden Verliereraktien. Das möchte ich natürlich auch ganz transparent hier vorstellen. Es sind leider auch zwei Unternehmen dabei, die ich mal in Aktienvorstellungen präsentiert habe. Ganz am Anfang, so der chinesische Immobiliensektor, und zwar hier Logan Group. Die sind 71 Prozent im Minus. Ich persönlich bin da, glaube ich, 85, 90 Prozent im Minus oder sowas. Also das lief wirklich extrem schlecht. Ich hatte zwar damals auch darauf hingewiesen, dass es ein Risikoinvestment definitiv ist. Und dass ich da auch mit einem ganz, ganz kleinen Teilen reingegangen bin. Von daher tut es nicht allzu dolle weh. Auch wenn natürlich jeder Euro, den man verliert, immer weh tut. Aber das muss man auf jeden Fall im Auge behalten. Und ja, das war natürlich keine gute Idee, damals da reinzugehen. Jetzt sehen wir zwar, dass der Kurs ein bisschen wieder ansteigt. So seit Oktober, November ungefähr. Aber ob das jetzt wirklich ein Turnaround-Kandidat ist, das sei mal dahingestellt. Aber das ist einfach eines von diesen Unternehmen, was überhaupt nicht gut lief. Genauso wenig gut lief. Bet at Home aus der Branche der Sportwetten, beziehungsweise Online-Sportwetten. Auch hier 50 Prozent im Minus. Habe ich jetzt auch nicht so hundertprozentig verstanden, wieso die so stark abgestraft wurden. Ich sehe eigentlich relativ viel Potenzial in diesem Bereich Sportwetten. Aber ja, natürlich in dem Bereich geht es natürlich nicht weiter. Dividende wurde auch gestrichen. Also das kommt vieles zusammen, was jetzt eigentlich im Nachhinein nicht gerade den besten Investment-Case ausmacht. Aber gut. Und das dritte Unternehmen ist auch, wie gesagt, eines aus dem chinesischen Immobiliensektor, der extrem abgestraft ist. Wo es vielleicht auch sehr schwierig aussieht momentan. Wo man auch nicht weiß, in welche Richtung sich der bewegen wird. Ich würde da auch aktuell nicht nachkaufen, weil ich jetzt nicht glaube, dass es jetzt komplett durch die Decke geht. Bei beiden extrem schwierig einzusehen, wie die Bilanzen dann tatsächlich auch aussehen. Informationsfluss auch sehr schwierig. Teilweise gar nicht möglich. Ich meine, Logan Group wurde teilweise sogar auch Delis. Also man konnte nicht handeln mehr zwischendurch. Also da kommt vieles, vieles zusammen, was echt gar nicht so gut lief. Aber gut. Das sind die drei Gewinner, die drei Verlierer. Lasst mir dazu auf jeden Fall gerne eure Meinung unter den Kommentaren da. Oder was vielleicht eure drei Gewinner- und drei Verlierer-Aktien sind. Wäre auf jeden Fall ganz interessant. Ich wollte es auf jeden Fall zeigen, weil ich wirklich ganz transparent aufzeigen möchte, was lief gut, was lief nicht so gut. Und das nicht verstecken möchte. Wie gesagt, ich möchte jetzt nicht noch verlinken, dass ihr da motiviert werdet, weil das Video ist wirklich alt. Das ist jetzt nicht mehr meine aktuelle Meinung, was ich da damals präsentiert habe. Aber ja, wie gesagt, sind leider sehr erfolgreiche Videos geworden, in Anführungszeichen, auf meinem Kanal. Von daher bleiben sie da auf jeden Fall drauf. Aber jetzt rückblickend ist das wirklich eine extrem schwierige Kiste geworden. Aber gut, gehen wir auf jeden Fall mit dem Thema weiter. Ja, die Top 3 Gewinner und Verlierer haben wir jetzt hinter uns. Im Endeffekt hat das am Ende eine Gesamtperformance beim Aktienteil meines Portfolios gebracht von minus 1,5%. Da sind die Dividenden aber nicht mit inkludiert, denn ich habe im letzten Jahr Dividenden in Höhe von ca. 1500 Euro erwirtschaftet oder verdient, wie auch immer man es sehen möchte. Wenn ich das jetzt tatsächlich hier auf die Gesamtperformance draufrechnen würde, wäre ich tatsächlich auch im Plus. Das ist natürlich wirklich gar nicht mal so schlecht eigentlich im Endeffekt. In solchen Zeiten und was man auch von vielen, ich sage mal, wirklich superreichen hört, ist eigentlich, dass man sagt, man möchte es eigentlich schaffen, dass das Portfolio stabil bleibt, dass der Wert nicht verloren geht. Im Hinblick auf diese sehr hohe Inflation, die wir hatten, ist mir das, glaube ich, nicht gelungen. Aber wenn ich mir jetzt angucke, dass ich zwischendurch, ich glaube, ich war minus 20% im Minus. Und ja, das habe ich wirklich genutzt gehabt, das war irgendwie Oktober letzten Jahres, habe ich genutzt gehabt, wirklich auch nachzukaufen und war da auch wirklich unersättlich bei Aktien, wo ich glaube, dass die wirklich auch langfristig auch gute Perspektiven haben. Und ja, ich glaube, jetzt am Ende des Tages ist das auch ein Indikator dafür, dass ich jetzt gar nicht mal so schlecht dastehe. Wenn ich das nicht gemacht hätte, dann wäre ich wahrscheinlich jetzt noch deutlich mehr im Minus. Aber gut, das ist, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiges Thema. Da gehen wir dann auch gleich nämlich genau, ein bisschen genauer drauf ein und zwar meine Learnings im Bereich Aktien. Definitiv, die Börse ist ein Marathon und kein Sprint. Ich glaube, das Sprichwort kennt jeder, der sich hier mit Aktien beschäftigt. Und das hat sich jetzt wirklich im letzten Jahr auch nochmal gezeigt gehabt, dass man das eben wirklich auf einem langfristigen Zeithorizont sehen sollte, dass man eben auch bei einigen Aktien, die wirklich deutlich abgestraft worden sind, dass das nicht schlecht Unternehmen sein müssen. Bei Gewinnern natürlich genau das Gleiche. Aber man muss wirklich mit einem langfristigen Horizont dran sein, solche Zeiten, wie wir aktuell sind, wo vielleicht viel korrigiert auch einfach nutzen und auch dann stark bleiben und da weiter investieren. Da möchte ich euch auch aufrufen. Guckt, dass ihr gute Aktien euch rauspickt oder von mir aus, wenn ihr auch in ETS investiert und in solchen Downphasen einfach weiter investieren. Weil in der Vergangenheit lief es immer so, dass immer weiter alles nach oben gegangen ist. Ja, das soll nicht heißen, dass es immer so kommt. Aber was ist die Alternative, die wir aktuell haben? Und wenn man eben so mit Untergangsszenarien sich beschäftigt, so dann ist am Ende des Tages sowieso egal, wie viel Geld ich habe oder nicht habe. Aber ich gehe mal davon aus und bin einfach ein positiver Mensch, dass die Wirtschaft immer weiter wächst, das Leben immer besser wird. Und von daher bin ich hier auf jeden Fall investiert. Und was ich auch gesehen habe bei die Börses und Marathon, dass viele eben das verwechselt haben und das eher als Sprint gesehen haben und dann eben sehr, sehr stark in Golf-Aktien investiert haben. Und ja, die natürlich extrem stark nachgegeben haben, weil die extrem gepumpt sind, noch 21. Und da habe ich bei ganz, ganz vielen Leuten gemerkt gehabt, die jetzt wirklich geswitcht sind und jetzt eher ins Value-Investing reingegangen sind, auch eher auf Aktien mit Dividenden-Ausschüttung. Und das ist immer ganz, ganz lustig, glaube ich, zu sehen, dass in solchen Zeiten, dass es immer wieder zurück zu den, ja, guten alten Klassikern geht. Und da bin ich eigentlich ganz froh, dass ich da von vornherein mit dabei war. Habe jetzt tatsächlich aber diese Zeit genutzt gehabt, um tatsächlich auch bei Growth-Aktien ein bisschen nachzukaufen. Weil ich glaube wirklich, dass da einige Aktien dabei sind, die extrem abgestraft wurden, wo wir jetzt ein Kursverhältnis haben, was wieder, ja, schmackhaft ist. Und das habe ich jetzt wirklich genutzt gehabt und da bin ich auch ganz froh drüber tatsächlich. Und das Nächste, natürlich Börsengewinne, sind Schmerzensgelder. Erst kommen die Schmerzen, dann die Gewinne. Und ich glaube, jeder hat sich so gefühlt gehabt. Also ich weiß noch, dass ich im Oktober, ja, auch wenn ich nachgekauft habe, habe ich überlegt, glaube ich, dann auch danach, als ich nachgekauft habe und es ist weiter gesunken. Und ich denke mir so, oh mein Gott, das kann doch nicht wahr sein. Aber am Ende des Tages, genauso wie es hier spricht, ich musste, habe erst mal die Schmerzen gehabt. Und jetzt, wenn ich auch gucke, diese Growth-Aktien, die ich dann gekauft habe und auch viele Aktien in dieser Zeit, die ich gekauft habe, beziehungsweise alle, die ich ab Oktober gekauft habe, allem Plus. So, das ist natürlich jetzt wirklich ein sehr kurzfristiger Horizont, den wir jetzt betrachten. Aber das kann ich mir tatsächlich auch auf einem längeren Zeitframe vorschauen. Was nicht heißen soll, dass wir jetzt nicht noch irgendwie reinknicken und dann nochmal alles im Minus ist. Aber das würde ich dann einfach nutzen, um da auch entsprechend in Tranchen, wie ich es immer machen würde, auch nachzukaufen. Als nächstes möchte ich auf einen Bereich eingehen, der bei mir natürlich einen etwas geringeren Anteil einnimmt, aber der, ja, ich glaube, ganz, ganz spannend ist, weil es da viele gute Möglichkeiten gibt. Und zwar ist das der Sektor der Peer-to-Peer-Kredite und da möchte ich auf jeden Fall, ja, ein kleines Plattform-Ranking mit euch durchführen und mal schauen, welche Plattformen bei mir gut performt haben. Und ich kann schon mal so viel vorwegnehmen, da gibt es auf jeden Fall eine extrem große Überraschung, was ich nicht gedacht hätte. Aber das können wir uns jetzt mal gleich zusammen anschauen. Ja, und zwar habe ich hier mal ein bisschen gerechnet gehabt. Ich weiß nicht, ob das jetzt wirklich auch plausibel ist, aber ich glaube, dadurch, dass ich das bei allen gemacht habe, mag das wahrscheinlich passen. Ich habe einfach geguckt gehabt bei meinen drei großen Peer-to-Peer-Plattformen, die ich schon länger habe. Ich habe ja jetzt auch einige, ja, neu dazugenommen, jetzt seit noch nicht so alt, zu langer Zeit, also Landeys, Swapper und Income zum Beispiel. Da habe ich jetzt auch noch nicht so langfristigen Zeithorizont, wo ich sagen kann, okay, gut, das ist jetzt repräsentativ. Aber von daher, diese ganzen Plattformen, wenn euch die interessieren, lasse ich euch unten auf jeden Fall immer in der Videobeschreibung die Affiliate-Links dazu da. Wenn ihr euch unter diesen Links anmeldet, erhaltet ihr spannende Vorteile und würdet dazu noch die Arbeit hier auf meinem Kanal unterstützen. Das würde mich auf jeden Fall enorm freuen. Dafür vorab schon mal ein recht herzliches Dankeschön. Und was ich da hier eigentlich gemacht habe, ist, ich habe einfach einen Mittelwert gebildet, wie viel ich durchschnittlich immer investiert hatte im Monat. Ich habe geguckt gehabt, was die Zinsen im Jahr sind und was dann entsprechend die Rendite ist, die rausgekommen ist. Und bei Mintos sehen wir hier eine Rendite von 7,68%. Und wir sehen hier eigentlich relativ niedrige Renditen, was ja eigentlich nicht das ist, was in den Werbungen immer kommuniziert wird. Aber wenn wir uns das anschauen, ist Mintos tatsächlich die erfolgreichste von diesen drei Plattformen. Und das, also allein von der Rendite gesehen, hätte ich tatsächlich jetzt nicht gedacht. Vor allem, ich hätte Estate Guru noch ein bisschen stärker eingeschätzt. Aber gut, da gehen wir gleich nochmal ein bisschen drauf genau ein. Bondora, Go & Grow mache ich ja. Da sehen wir hier eine Rendite von 6,41%. Go & Grow eigentlich bei 6,75%. Auch hier, wie gesagt, das Gleiche mit dem Mittelwert gemacht. Ich weiß jetzt nicht 100%, ob das repräsentativ ist. Aber wie wir hier sehen können, ist das natürlich eine deutlich höhere Summe. Und es ist deutlich verhältnismäßig gesehen weniger an Zinsen bei rumgekommen. Ich glaube, das können wir im Vergleich bei Mintos schon sehen. Und etwas besser von der Rendite lief dann Estate Guru bei 6,65%. Was mich um ehrlich zu sein eigentlich am meisten überrascht hat, weil ich eigentlich immer das Gefühl habe, dass Estate Guru eigentlich relativ zuverlässig lief. Und bin da ja auch viel nachinvestiert. Aber wenn wir uns das jetzt mal ein bisschen genauer anschauen und rückblickend vielleicht sehen, ist es vielleicht Mintos gar nicht mal die allerschlechteste Alternative gewesen. Wie gesagt, ob es jetzt hier mit diesem Mittelwert genau repräsentativ ist, kann ich jetzt nicht 100%ig genau sagen. Aber mir ist nichts Besseres eingefallen, um euch das darzustellen. Ich hoffe, das interessiert euch aber trotzdem, weil ich glaube, der Peer-to-Peer-Bereich ist wirklich spannend und gibt auch so ein bisschen eine andere Blickwinkel einfach auf so ein Portfolio rein. Und das schauen wir uns nämlich jetzt auch gleich nochmal ein bisschen genauer an, was ich da nämlich auch dann am Ende des Tages gelernt habe raus. Meine Learnings, wie gesagt, was habe ich gelernt gehabt? Auf jeden Fall Peer-to-Peer, ein stabiler Cashflow trotz Krisen. Ich glaube, das kann einem keiner absprechen. Und ich glaube, Cashflow ist in jeder Zeit gut und vor allem in solchen Zeiten. Und also das kann nicht sagen, dass da irgendwie komplett ausgefallen ist, dass teilweise Auszahlungen nicht mehr möglich waren. Das ging eigentlich zu quasi jedem Zeitpunkt und immer super stabil gewesen. Und von daher ist das, glaube ich, ein Thema, wo ich sage, das ist echt nicht verkehrt. Wenn wir uns auch die Renditen angeschaut haben, ist es ja wirklich deutlich höher als das, was wir teilweise bei Dividendenaktien rausbekommen. Und das gibt aus meiner Sicht so diesem Portfolio so ein bisschen, also der Wert bleibt gleich. Man hat quasi diese Zinsen, die da zulaufen. Und das ist, glaube ich, ein ganz schönes Nebenprodukt in dieser Zeit, wo eben, ja, wenn Aktien runtergehen und so weiter und so fort, wo man einfach sieht, okay, das, was ich da rein investiert habe, ist immer noch da plus die Zinsen. Und das ist, glaube ich, echt schön. Was ich ganz spannend fand, ist, das Geschäftsmodell expandiert weiter. Es kommen immer neue Player auf den Markt, sei es Lande, Income. Und das würde ja nicht passieren, wenn das Geschäftsmodell per se schlecht wäre. Und da sehe ich einfach sehr, sehr viele Vorteile einfach drinne und glaube, dass P2P-Kredite weiterhin eine Zukunft haben werden. Und da muss ich sagen, da bleibe ich auf jeden Fall gerne mit dabei. Aber was man natürlich trotzdem sehen muss, ist diese Renditen, die häufig in den Werbungen propagiert werden, wie wir es gerade gesehen haben, entsprechen nicht unbedingt der Realität. Aber gut, das ist ja nun mal leider manchmal so. Was will man da machen? Ich glaube, es ist natürlich ganz klar, dass man immer noch abzüglich diese Ausfälle sehen muss. Aber dass es natürlich so viel ist, hätte ich jetzt auch im ersten Moment tatsächlich nicht gedacht, dass ich da nicht so gut abgeschnitten habe. Aber wie gesagt, am Ende des Tages ist es, glaube ich, wenn man Renditerisiko sieht, aus meiner Sicht immer noch ein guter Tausch. Und den würde ich auf jeden Fall weiterhin im Jahr 2023 eingehen. Lasst mir da auf jeden Fall eure Meinung auch gerne unten in den Kommentaren da. Sollte ich vielleicht nochmal eine neue Plattform vorstellen oder was ist euer Peer-to-Peer-Favorit? Das würde mich auf jeden Fall super interessieren. Und da würde mich auf jeden Fall der Austausch mit euch auch super interessieren. Der nächste Bereich, auf den ich mit euch eingehen möchte, ist der Bereich der Kryptowährung. Oder kurz einfach Krypto-Repräsentativ. Schauen wir uns da gleich mal den Bitcoin-Kurs ein wenig genauer an. Ja, wie wir hier schon, glaube ich, sehr gut sehen können, ein Minus im Zeitraum von einem Jahr von 38 Prozent. Im Dezember sah es dann doch noch deutlich schlechter aus. Nichtsdestotrotz ist es aus meiner Sicht wirklich ein extrem spannender Markt. Wie gesagt, ich gehe eigentlich immer hiervon aus, dass Bitcoin, ja, ist der Chef auf dem Markt. Und wenn der irgendwann mal wieder steigt, steigen auch die anderen Kryptowährungen. Da muss man auf jeden Fall immer so ein bisschen auch, ja, wieder rausspringen. Das ist so ähnlich wie bei Aktien, wenn wir das wirklich langfristig hier uns anschauen. Dann sehen wir mal, wo Bitcoin einfach herkommt. Und ich sehe tatsächlich wenig Gründe, die dagegen sprechen, warum wir nicht weiter steigende Kurse hier sehen sollten, langfristig gesehen. Und ich tatsächlich glaube, dass wir wirklich deutlich, deutlich über 21.000 und auch über 100.000 sein werden. Aber das sei mal dahingestellt. Was wir hier einfach immer sehen, ist, dass wir wirklich extrem kurze Zeiten haben, wo der Markt extrem pumpt. Und ja, dann auch viel und lange Zeit haben, wo der Markt eben ja absinkt oder dann einfach parallel läuft. Das ist natürlich immer ein bisschen schwierig. Und da gibt es extrem viele Leute, die damit nicht so wirklich gut zurechtkommen. Ich bin da eigentlich relativ kühl bei, emotionslos. Das ist auch, glaube ich, in dem Bereich extrem wichtig, weil wir teilweise sehen, dass hier, ich glaube, im Hoch, dass wir eine Korrektur von, ich glaube, 80 Prozent hatten beim Bitcoin, beim Höchststand bis ja runter in dem Tiefpunkt, wo wir bei 15.000 Dollar ungefähr waren. Ja, das muss man natürlich erstmal irgendwie hinkriegen. Und vor allem, wenn dann Leute eben dann einsteigen, wenn es in jeder Zeitung steht und so weiter, dann ist es natürlich extrem schwierig. Ich habe auch, natürlich bin auch ein bisschen nicht ganz emotionslos, habe mich da auch ein bisschen reiben lassen. Ich habe eigentlich die Strategie, dass ich sage, ich investiere immer bis zum Halving, also quasi so das eine Jahr, eineinhalb Jahre vorm Halving. Da probiere ich dann eben rein zu investieren. Dann ist eben das Halving, wenn euch das jetzt alles spanische Dörfer sind, lasst mich das auch gerne wissen. Vielleicht interessiert euch das und ich möchte oder soll genauer auf solche Themen auch im Bereich der Kryptowährung eingehen. Dann lasst mich das gerne unten in den Kommentaren wissen. Aber auf jeden Fall ist das so grob die Strategie. Dann haben wir das Halving. Dann gucke ich, dass ich irgendwie einigermaßen den Hochpunkt treffe. Natürlich kann man das ganz nicht ideal treffen. Ich habe da auch einen Tonchen, in den ich rausgehe, wo ich gucke, okay, so und so viel Prozent habe ich jetzt gemacht. Oder das sind die Erwartungen, die ich habe, wo der Preis irgendwie hingeht. Und dann habe ich da einfach Abstufung und probiere immer wieder und immer wieder auszucashen. Und meine Devise ist auf jeden Fall immer, das, was ich investiert habe, irgendwie rauszuholen. Und dann ist das, was danach passiert, eigentlich relativ egal. Meine Strategie ist weiterhin, ich investiere jetzt bis zum Halving. Wann das jetzt nächstes Jahr genau sein wird, da weiß man immer nicht. Das hängt immer von der Hashrate und so weiter ab. Aber so März, April, vielleicht ein bisschen früher, 2024. Bis dahin werde ich auf jeden Fall Gas geben und probieren so viel wie möglich in den Bereich der Kryptowährung zu investieren. Jetzt nicht nur Bitcoin. Bei Bitcoin, muss ich sagen, bin ich tatsächlich gerade fertig. Da habe ich den Stack, sage ich mal, an Bitcoins, den ich haben will. Und jetzt bin ich vorbei, gerade in Altcoins zu investieren. Aber das ist jetzt vielleicht ein bisschen zu viel des Themas. Aber da muss man auf jeden Fall bei diesem Bereich extrem schauen. Und da habe ich auch extrem viel über mich gelernt gehabt. Und das schauen wir uns jetzt auch gleich nochmal ein bisschen genauer an. Und zwar Emotionen sind ein schlechter Begleiter. Ich hatte eigentlich das, was ich gerade gesagt habe, dass ich gesagt habe, bis zum Halving investiere ich. Dann probiere ich eben den Höchstpunkt abzutasten, dann ein bisschen zu verkaufen und dann eigentlich zu gucken, eineinhalb Jahre vorm Halving wieder einzusteigen, ein Jahr vorher. Und das habe ich nicht ganz geschafft gehabt. Ich habe immer probiert, schon einzusteigen, weil ich gedacht habe, okay, es fällt jetzt nicht noch tiefer. Das war dann so bei 30.000 Dollar, wo es ungefähr so war. Aber es ist dann immer noch weitergefallen. Was jetzt nicht heißen soll, dass ich mich da jetzt irgendwie verbrannt habe. Aber ich glaube per se, dass wir natürlich langfristig deutlich höhere Kurse sehen, als was wir aktuell haben und auch deutlich höhere als 30.000. Aber da hätte ich einfach, glaube ich, langfristig noch deutlich, deutlich mehr rauskriegen können, wenn ich da wirklich an meiner Strategie auch festgehalten hätte. Das ist nämlich das nächste. Strategie erarbeiten und vor allem daran festhalten. Weil ich glaube, wenn man sich das einmal erstmal rausgeholt hat, die meisten machen wirklich Fehler, wenn sie dann Emotionen bekommen und sagen, oh, jetzt läuft mir der Kurs weg oder jetzt steigt es und jetzt muss ich unbedingt reingehen. Das ist natürlich extrem fatal. Und was da auch extrem wichtig ist, ist, dass man einfach auch diversifizieren sollte. Ich habe auch in einige Krypto-Investments oder Coins, wie auch mal man das jetzt nennen möchte, auch investiert, die abgeschmiert sind. Und auch so, dass man sagen kann, die sind jetzt nicht mehr am Markt. Da muss man natürlich gucken, dass man natürlich in die starken Coins rein investiert. Sei es jetzt Bitcoin, Ethereum sind natürlich die beiden Klassiker. Aber da gibt es natürlich auch im Altcoin-Bereich neben Ethereum noch sehr, sehr viele andere spannende Coins und Kryptos, die aus meiner Sicht wirklich ein Investment wert sind. Aber ich habe natürlich auch in ganz klein investiert gehabt. Da habe ich natürlich nicht so viel rein investiert. Aber auch da ist es natürlich dann leider ein bisschen zu viel gegangen. Und da ist auf jeden Fall auch immer ein Thema, wenn es sich zu gut anhört, um wahr zu sein, dann ist es meistens schlecht. Und da muss man auf jeden Fall im Kryptomarkt aufpassen, der sehr unreguliert ist, was aus meiner Sicht viele Vorteile auch bringt. Aber wo man einfach ja auch extrem natürlich ins Klo fassen kann. Und das Allerwichtigste, das haben wir auch gesehen gehabt, man kann extrem ins Klo fassen. Ich glaube, davon können alle ein Lied von singen, die bei FTX zum Beispiel investiert waren. Not your keys, not your Bitcoins. Also achtet darauf, dass ihr wirklich die Eigentümer von Kryptowährungen seid. Denn wenn ihr Kryptowährungen auf Börsen kauft, wie zum Beispiel Bitpanda, wo ich das mache, oder bei FTX damals oder bei Binance oder wie sie auch immer heißen, wenn die darauf liegen, dann gehören sie euch nicht. Sondern sie gehören euch erst, wenn ihr sie in eure Wallets verschiebt und die Keys selbst habt und da niemand anderes drüber verwaltet. Weil wie wir jetzt bei FTX gesehen haben, man kommt dann einfach nicht mehr daran, weil in dem Sinne wirklich die Börsen derjenige, der Besitzer sind. Auch wenn wir das quasi in unserem Namen gekauft wurden. Und das ist natürlich extrem schwierig und da muss man immer aufpassen. Und wie wir sehen, auch schon längerfristig, sind immer Börsen pleite gegangen und da ist, glaube ich, keine Börse gewappnet vor. Also das kann, glaube ich, jeder passieren. Von daher, ich kann verstehen, wenn man irgendwie tradet, dass man ein bisschen Geld draufliegen lässt, aber probiert wirklich den Großteil immer runterzuziehen und wirklich nur einen ganz kleinen Teil draufzulassen. Ich schiebe es nicht gleich jedes Mal rüber, sondern ich gucke, dass ich ein bisschen ansammle und dann rüberschiebe. Bisher sind aber auch die Plattformen, wo ich drauf bin, tatsächlich noch nicht so problematisch gewesen. Glücklicherweise, also auf Holz klopfen, aber auch da, wenn man denkt, das ist sicher, mag sein, aber schiebt es auf eure eigene Wallet rüber, seid eure eigene Bank, weil das ist eigentlich das Thema, was Kryptowährung ausmacht, denn man soll sich selbst verwalten und Self-Custody machen und das ist, glaube ich, eines der größten Geschenke, die Kryptowährung und vor allem Bitcoin uns gegeben hat und die sollten wir auch genauso annehmen, wenn wir in diesen Bereich investieren aus meiner Sicht. Und last but not least gehen wir auf alternative Anlagemöglichkeiten ein. Da habe ich jetzt ein bisschen mehrere zusammengepackt und das wollen wir uns auf jeden Fall ein bisschen genauer anschauen und das erste, worauf ich eingehen möchte, sind Mining-Projekte und zwar Mining-Projekte aus dem Bereich der Kryptowährung natürlich und zwar bin ich da aktiv bei Helium, Planet Watch und MapMetrics, alles drei aus meiner Sicht wirklich interessante Projekte, die natürlich jetzt aktuell ja relativ geringe Kurse haben, Helium und auch Planet Watch, vor allem Planet Watch, die auch sehr schlechte Nachrichten geschrieben haben teilweise, aber ich bin da auf jeden Fall dabei und gucke langfristig auf den nächsten Bullenmarkt 2024, 2025 irgendwann so im Dreh, dann werde ich erst meine Abrechnung machen und bis dahin lasse ich auf jeden Fall alles weiterlaufen und bis dahin ist es mir eigentlich relativ egal, wie es da um die Projekte gerade auch aussteht, weil ich glaube, in so einem Bullenmarkt, da wird alles bei Kryptowährungen gepumpt und irgendwann auch wieder gedumpt natürlich und da muss man natürlich gucken, dass man dann irgendwann einen guten Absprung findet, aber ich glaube per se, das sind wirklich sehr gute Möglichkeiten, wo man eben mit Plug-and-Play-Minern auch einfach arbeiten kann. Habe ich ja auch hier zu Mapmatrix zum Beispiel auch erst was vorgestellt, gab, kann ich euch hier oben auch gerne mal verlinken, wie das genau funktioniert. Finde ich wirklich eine extrem spannende Sache, kann ich nur jedem empfehlen, sich damit auseinanderzusetzen und wenn das eine Möglichkeit ist, für jemanden, dann da auch gerne einzusteigen, also ich bin auf jeden Fall in diesen drei investiert, bin da natürlich auch auf entsprechenden Buyers, aber auch hier, natürlich macht eure eigenen Analysen und auch hier mache ich es so, dass ich da wirklich nur einen ganz geringen Teil von meinem Gesamtplotfolio investiert habe, in diese Themen und in diese Plattform, sodass eben, wenn das kaputt gehen sollte, ja, mir nicht so sehr in die Haken schlägt. Ähnlich halte ich es bei SoRare MBA, wo ich auch sehr viele Videos dazu gemacht habe. Da habe ich ein aktuelles Invest von, ja, circa 2400 Euro gemacht, so über den Daumen und der aktuelle Wert meines Portfolios, meiner, meines Squads, meiner Spieler, wie auch immer, wenn man das sehen möchte, ist aktueller Wert von circa 1950 Euro. Also ich muss sagen, ich bin ja relativ am Anfang schon eingestiegen, da sind natürlich einige dann, ja, extrem im Wert verloren, einige Karten. Das lief natürlich nicht ganz so ideal, also wenn ich da ein bisschen gewartet hätte, dann, ja, hätte ich deutlich, deutlich bessere Preise, Einkaufspreise bekommen können. Aber nichtsdestotrotz habe ich jetzt, glaube ich, ein ganz gutes Team beisammen und, ja, 80 Euro ist passive Einnahmen pro Monat, würde ich mal behaupten, weil wenn ich das jetzt so rückblickend sehe, schaffe ich es eigentlich immer, mindestens eine Karte zu gewinnen. Und wenn das eine Tier 4 ist, was jetzt nicht unbedingt überragend ist, sage ich mal, dann kann man eigentlich damit rechnen, dass die immer so einen Wert von um die 10 Euro hat, ja, das ist jetzt über den Daumen. Und wie gesagt, eine normale Kalenderwoche hat zwei Spielwochen bei SoRare NBA, das heißt, das Ganze mal vier Wochen, mal vier, weil, ja, der Monat hat vier Wochen, dann kommen wir entsprechend, ja, auf 8 mal 10 und dann haben wir hier so die ungefähr 80 Euro, ich glaube, das ist definitiv drin. Und da probiere ich auf jeden Fall immer mehr und immer mehr Karten zu gewinnen, irgendwie natürlich dann auch zu verkaufen, um mich dann auch, ja, mittel- bis langfristig auch hochzutraden, dass ich dann auch wieder im Rare-Webwerb vielleicht auch teilnehmen kann und auch natürlich irgendwann super Rare, das ist auf jeden Fall ein Ziel von mir. Aber ich glaube, das ist wirklich eine coole Sache und ich war richtig, richtig happy, dass damals SoRare sich auch entschlossen hat, die NBA mit dazu zu nehmen, weil Fußball war irgendwie, ja, ich bin da extrem weit weg und NBA gucke ich eben auf jeden Fall jeden Tag und da bin ich auf jeden Fall deutlich tiefer im Thema drin und bin dann natürlich auch viel mehr attached zum Thema, wenn man hier auch diese Rewards gewinnt. Weil beim Fußball, ich glaube, ich habe da 2-3 Rewards gewonnen, das hat mich natürlich überhaupt nicht motiviert. Am Ende des Tages bin ich da mit plus minus 0 rausgekommen, was ich sage, war wieder okay, aber gut, damit kann man natürlich nicht von rechnen. Das nächste Investment, was ich da getätigt habe, ist Bullride. Da habe ich ein E-Moped gekauft gehabt in Höhe von, ich glaube, 1300 Euro. Das Street Deployment, also sprich, dass das Moped auf die Straße wirklich kommt und dann auch möglich ist, das zu nutzen, steht jetzt noch aus. Ich habe immer probiert, in diese Rolle reinzukommen, aber ich habe es einfach nicht geschafft. Aber jetzt habe ich diesen E-Moped, der kommt jetzt auch hoffentlich bald auf die Straße. Wie gesagt, Bullride, ich glaube, da gibt es einige Sachen, die noch verbesserungswürdig sind, vor allem, dass man, also entweder bin ich abgestürzt oder ich konnte die Zahlungsinformationen nicht hinterlegen. Ich weiß nicht, woran es gelegen hat, aber das lief natürlich überhaupt nicht gut. Und da bin ich natürlich jetzt so ein bisschen vorsichtig. Auch da, ich habe jetzt diesen einen, dieses eine Moped und werde jetzt mal gucken, wie es sich verhält, wie es läuft. Und dann werde ich mal gucken, ob ich da wirklich weitermache. Aber ich würde es auf jeden Fall mal ausprobieren, weil ich es per se wirklich ein richtig interessantes Geschäftsmodell finde. Und von daher bin ich damit am Start. Und bei den Themen habe ich natürlich auch Learnings mitgenommen. Und zwar die Möglichkeiten in der Finanzbranche sind tatsächlich unbegrenzt. Also wenn mir das einer erzählt hätte, dass man mit Basketballwissen Geld verdienen kann, dass man einfach, ja, Plug-in-Miner aufstellen kann, die kaum Strom verbrauchen, wo man eben auch drüber Geld verdienen kann oder dass man E-Roller oder E-Mobils irgendwo hinstellt, die sein Eigen tatsächlich sind und die dann für ein Geld einfahren und man da eigentlich wirklich überhaupt keinen Aufwand zu hat, hätte ich für verrückt gehalten vor ein paar Jahren noch. Aber die Möglichkeiten sind tatsächlich unbegrenzt und das finde ich extrem spannend. Und ich glaube, es ist auch wichtig, so eine Möglichkeiten auch auszutesten, weil viele Leute sehen immer sehr schnell so negative Sachen und das mag auch sein und wenn ich, ja, knapp bei Kasse bin und, ja, vielleicht auch ganz am Anfang bin, dann wäre das definitiv nichts, wo ich sage, damit starte ich jetzt oder da packe ich jetzt einen Kredit mir für 10.000 Euro und kaufe mir 10 Roller oder was auch immer. Das würde ich natürlich auf keinen Fall machen. Aber so als Beimischung in so einem, ja, breit gefächerten Portfolio finde ich es extrem spannend. Das ist nämlich auch dieses Thema Diversifizierung und Risikomanagement sollte man da definitiv beachten. Nicht irgendwie sagen, okay, ich habe jetzt eine alternative Anlagemöglichkeit, wo ich mein ganzes Geld reinmache und dann läuft das schon. Wie gesagt, Planet Watch, wenn man sich das anguckt, da lief es jetzt tatsächlich gar nicht mal so gut. Teilweise sind eben Miner, die, die sie angeboten haben, ja, überhaupt nicht mehr möglich, damit zu meinen. Da ist natürlich extrem viele Sachen auch schlecht gelaufen, aber das sollte man definitiv im Hinterkopf haben, weil Startups ist immer schwierig, aber trotzdem sollte man immer drauf gucken, investieren in irgendwas, was dich auch begeistert. Weil wenn ich jetzt gucke bei SoWare Fußball, da war ich eigentlich überhaupt nicht mit begeistert, sondern habe einfach nur gesehen gehabt, Möglichkeiten damit Geld zu verdienen, war überhaupt nicht attached, habe teilweise Spielwochen verpasst, das ist ja eigentlich rückblickend gar nicht mehr, wenn ich jetzt Basketball gucke, gar nicht mehr zu glauben, weil ich da wirklich jeden Tag reinschaue, wie es gelaufen ist und so und das auch niemals verpassen würde, nach einer Aufstellung bei der Game Week zu machen. Von daher guckt da, dass ihr in irgendwas investiert, was euch wirklich begeistert, wo ihr am Ball bleibt, wo ihr euch auch weiterhin ja, beläst, weil das Thema ist, wenn man da einmal anfängt, ja, dann kann man nicht stehen bleiben und sagen, so, ich habe jetzt einmal damit gestartet und jetzt wird gut laufen, sondern man muss immer natürlich auch am Ball bleiben, mehr oder weniger, das mache ich natürlich auch, bei dem einen beschäftige ich mich mehr mit, bei dem anderen weniger, aber wenn man das ganz aus den Augen verliert, ist es extrem schwierig, das dann irgendwie aufzuholen. Ja, von daher sind das meine alternativen Anlagemöglichkeiten und das ist auch quasi das Ende dieses Videos. Jetzt würde mich natürlich eure Meinung dazu gerne unten in den Kommentaren wissen, was haltet ihr zu diesem etwas verspäteten Jahresrückblick 2022 und was sind eure Learnings, die ihr vielleicht im letzten Jahr gemacht habt. Ich freue mich auf jeden Fall schon extrem auf den Austausch mit euch. Wenn euch diese Videos interessieren, dann lasst auf jeden Fall gerne ein Like dafür da, das wird mir zeigen, dass euch sowas wie ein Jahresrückblick gefällt, dann mache ich es vielleicht nächstes Jahr wieder, da würde mich auf jeden Fall extrem freuen. Und wenn ihr weitere von meinen Videos nicht verpassen wollt, dann abonniert auf jeden Fall auch super gerne meinen Kanal. Ich freue mich über jedes Abo, was ich dazu bekomme und ihr würdet damit die Arbeit hier auf meinem Kanal auch enorm unterstützen. Dafür vorab schon mal ein recht herzliches Dankeschön. Unten in der Videobeschreibung lasse ich euch Affiliate-Links zu meinem Broker da, den ich benutze, und zwar ist das Threadpublic, zu den P2P-Plattformen, zu ORMBA, zu auch Bullride wahrscheinlich. Also von daher, wenn euch das interessiert und ihr da irgendwie gerne einsteigen wollt, dann würde mich auf jeden Fall immer enorm freuen, wenn ihr einen von meinen Affiliate-Links nutzt. Ihr würdet damit hier die Arbeit auf meinem Kanal enorm unterstützen, aber auch selber dadurch Vorteile zu keinen Mehrkosten erhalten. Von daher macht das unbedingt, wenn ihr nicht Links von mir nutzt, dann auf jeden Fall von Freunden, Bekannten, Familie, denn ihr könnt ja wirklich bares Geld teilweise sparen. Dann lasse ich euch abschließend hier noch eine Video-Empfehlung und eine Playlist von mir einblenden. Wünsche euch noch einen schönen Tag, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.